Deutsche Prominente warnen Bundeskanzler Scholz vor einem Dritten Weltkrieg. In ihrem offenen Brief an den Bundeskanzler sprechen sich die überwiegend aus der Kulturszene stammenden Unterzeichner gegen weitere Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine aus. Sie befürchten, dass daraus ein atomarer Konflikt zwischen Russland und der NATO werden könnte. Die deutsche Bevölkerung ist in der Frage gespalten. Je etwa 45 Prozent sprechen sich laut einer neuen Infratestumfrage für und gegen die Lieferung schwerer Waffen wie etwa Panzer aus. Und eine der Unterzeichnerinnen ist Alice Schwarzer. Sie ist Herausgeberin der EMMA und aus Köln zugeschaltet. Und der Brief ist ja sehr prominent auf der Website der EMMA platziert. Frau Schwarzer, wie ist denn bisher die Resonanz darauf? Extrem, überwältigend. Also wir hatten in den ersten drei Stunden auf der EMMA-Website 10.000 neue Unterschriften. 10.000. Wir sind inzwischen auf Change.org und da eskaliert es auch wie wahnsinnig. Da sind es inzwischen auch weitere 10.000. Also ich sehe mich bestätigt in der Annahme, dass diese 45 Prozent der Bevölkerung, die Sie eben erwähnt haben, Frau Losch, die gegen eine Eskalation des Krieges sitzt, die ja automatisch geschehen würde, geschieht mit der Lieferung schwerer Waffen, dass die jetzt eine Stimme haben. Denn sie hatten sie bisher kaum. Man könnte aber auch andersrum sagen, der Krieg ist schon längst eskaliert. Und Sie warnen ja in Ihrem Schreiben vor einem angeblichen Irrtum. Sie sagen auch, die Verantwortung für die Eskalation eines Konfliktes geht eben auch diejenigen an, die dem Aggressor, ich zitiere jetzt wörtlich, sehenden Auges ein Motiv zu einem gegebenenfalls verbrecherischen Handeln liefern würden. Aber das verbrecherische Handeln ist schon längst da. Putin hat keinen Grund gebraucht, um die Ukraine zu überfallen. Glauben Sie wirklich, dass jetzt Panzer oder Nichtpanzer bei seiner Entscheidung für das Zünden einer Atombombe einen Unterschied machen würden? Das ist keine Glaubensfrage. Das hat ja Russland mehrfach sehr präzise angekündigt. Zuletzt der Außenminister Lavrov in einem wirklich bedrückenden Statement, wo er sagt, also wenn eine bestimmte Grenze überschritten wird, wird Russland wie mehrfach angedroht auch zur Atomwaffe greifen, vielleicht zunächst zu örtlich begrenzen und so weiter. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass wir zwei Dinge wissen oder drei. Erstens, in der Ukraine gibt es ein unvorstellbares Elend der Zerstörung der Städte, der Verletzung und Tötung von Menschen und so weiter. Selbst aus der Ferne und von dem sicheren Balkon her, auf dem wir sitzen, ist es kaum zu ertragen. Also das darf nicht mehr lange gehen im Namen der Menschlichkeit. Zweitens wird irgendwann dieser Krieg zu Ende sein müssen. Und der Krieg kann nur beendet werden. Das ist so, wenn beide Seiten Konzessionen machen. Also die relativ kleine Ukraine wird nicht bis zur Vernichtung das mächtige Russland, der zweite Atomstaat der Welt, in die Knie zwingen. Aber Frau Schwarzer, bisher hält das kleine Land Ukraine, Russland, doch relativ erstaunlich in Schach. Und glauben Sie wirklich, dass das Blutvergießen enden würde, wenn die Ukrainer sich ergeben würden? Also ich glaube, die Menschen in Butscha, die Männer, Frauen und Kinder, die da umgebracht wurden, die sind nicht gestorben, weil sie so heftig Gegenwehr geleistet haben. Sie waren einfach da, sie wurden getötet, weil sie Ukrainer waren. Nein, das wissen wir ja. Und genau darum plädieren wir, die Unterzeichner dieses Briefes und die Zehntausende von Menschen, die innerhalb von Stunden zustimmen, dass dieses Leid nicht unbegrenzt fortgeschrieben wird. Wissen Sie, Frau Losch, Sie und ich sitzen hier an unseren sicheren, warmen Büros, aber da sterben täglich Tausende von Menschen. Und natürlich, wir sehen ja, wie für mich ist das überraschend und durchaus auch bewundernswert, natürlich, aber bewundernswert, was für ein Preis. Ja, wie die Ukraine sich wehrt und dass die Ukraine es schafft, wirklich diesen mächtigen Gegner zurückzudrängen. Aber die Ukraine kann es nicht schaffen, wer das sagt, betrügt die Ukraine, das mächtige Russland endgültig in die Knie zu zwingen. Und daran wird es am Ende dieses verbrecherischen Konfliktes, der angezettelt worden ist von Putin, wird es einen Kompromiss geben müssen, damit das Sterben irgendwann aufhört. Aber zu diesem Kompromiss ist Russland ganz eindeutig nicht bereit. Und da meinen wir, dass dieser Kompromiss schon jetzt gestanden werden muss. Denn es wird ja immer weiter versucht zu verhandeln. Es sind verschiedene Politiker hingereist, gerade erst UN-Generalsekretär Guterres. Es wird telefoniert und es ist immer klar danach, dass Russland zu keinerlei Konzessionen bereit ist. Und nochmal, was macht Sie denn so sicher, dass das Blutvergießen enden würde, wenn sich die Ukraine ergeben würde? Warum glauben Sie, dass dann die Ukrainer weiter geschützt werden, ermordet zu werden und dass Putin nicht, wenn er nicht jetzt gestoppt wird, andere Nachbarländer überfällt? Wissen Sie, wir können erst mal, wir müssen nicht riesig spekulieren. Wir können jetzt erst mal uns die Tatsachen ansehen. Eine Tatsache ist, dass verhandelt werden muss und verhandelt wird. Aber Russland ist dazu ganz offenbar nicht bereit bisher. Ja, vielleicht wissen Sie mehr als ich. Natürlich ist Russland ziemlich verhärtet und unzugänglich. Das haben wir in den letzten Wochen leider erleben müssen. Aber es wird trotzdem die Möglichkeit eines Kompromisses geben müssen, müssen einfach. Nur gleichzeitig befinden wir Deutschland und vor allem Europa, Amerika ist ja weit weg, befinden wir uns in einer Situation, wo wir riskieren, in den Krieg hineingezogen zu werden. Und dann ist der Schritt zu einem dritten Weltkrieg, ist es nur noch einer. Dass wir hineingezogen werden in den Krieg und dass es einen dritten Weltkrieg gibt, das nutzt der Ukraine gar nichts. Das Einzige, was der Ukraine nutzt, ist, dass wir ihr uneingeschränkt humanitär helfen, dass wir Verteidigungswaffen liefern, mit denen sie sich relativ schützen können. Und dass wir mit darauf drängen, dass der Aggressor Putin gezwungen wird, Konzessionen zu machen und sich zurückzuziehen. Das kann er aber nach Überzeugung vieler nur, indem er eben jetzt gestopft wird. Frau Schwarzer, es ist ja auch so, dass bereits viele andere Länder schwere Waffen geliefert haben und weiterliefern wollen in die Ukraine. Und noch hat Russland dennoch keine Atombombe gezündet. Es sind Panzerhaubitzen gekommen aus Frankreich, es sind Schützenpanzer gekommen aus Großbritannien. Und nur Deutschland versucht sich jetzt offenbar herauszuhalten, beziehungsweise jetzt nicht mehr. Auch Deutschland hat sich jetzt auch bereit erklärt, Panzer zu liefern. Frau Schwarzer, worauf in Gottes Namen wollen Sie raus? Wollen Sie wissen, wo die Grenze, wollen Sie die Grenze überschreiten, indem eine unverantwortliche russische Regierung sagt, so, jetzt lassen wir Atomwaffen ein? Wir sind schon dicht davor. Ich meine, ich bin wirklich... Also Frau Schwarzer, ich glaube, Sie und ich und niemand sonst in Europa möchte einen Atomkrieg. Nur die Grenze von Verteidigung ist dazu. Ja gut, dann besinnen Sie sich jetzt. Angriffswaffen ist schwer zu ziehen. Ja, ich darf jetzt vielleicht, ich möchte darauf hinaus, vielleicht darf ich jetzt einmal kurz den ukrainischen Botschafter in Deutschland zitieren. Der hat geschrieben, diese Prominenten, die der Ukraine schwere Waffen verwehren wollen und damit dem Mörder Putin nur in die Hand spielen, damit er Frauen und Kinder zerbomben kann, haben das Prinzip nie wieder mit Füßen getreten. Nichts aus der Geschichte gelernt. Traurig. Wie ist Ihre Reaktion darauf? Es ist nicht das erste Mal, dass der ukrainische Botschafter Ungeheuerliches sagt. Dass er es wagt, unsere nachdenkliche, sehr genaue, zum Teil sehr kenntnisreiche und engagierte Stellungnahme zu vergleichen mit der Zustimmung zu einem zweiten Holocaust am ungarischen Volk ist einfach ungeheuerlich. Und es sind genau solche demagogischen Stimmen, wie die vom ungarischen Botschafter, die ein genaues Hinsehen, eine wirkliche Aufklärung über das, was geschieht und eine Aufklärung über den heute ganz real drohenden Dritten Weltkrieg verhindern. Das ist die nackte Demagogie und dieser Botschafter schadet seinem Volk. Sagt die Publizistin Alice Schwarzer. Dankeschön für das Gespräch. Ich bitte Sie, gerne. Danke. Danke.